ARD Text im Auftrag des ZDF Siehst du, was du dir übersiehst? Geime Kästen Ich war hier hinten gerade noch gar nicht Ja, aber die hast du überall schon teilweise Okay Okay Du übersiehst diese geilen Kästen Warte Ich hab zu viele Bücher Ich hätte übersiehst das ganze Geld Du ignorierst das Geld, meine ich also Ich würde nur den Kran übrig lassen Ich würde nur den Kran übrig lassen Ja, aber du brauchst doch Geld Na, brauch ich das grad nicht Ja, das kannst du nicht Oh, hier kann ich nur eine Quest machen Ja Ne, man, die sind immer noch Quest Obwohl die Obwohl die Doppelwohner hinter uns herrschen Die Hälfte der Doppelwohner wird bestimmt schon umgewacht Ne, ich kann nichts machen Ich geh weiter Oh la, oh Hi, hi Steak Where's the mid-com? Steak oh oh wo ist das denn hier ein Steak? War einfach so ein Steak? Nein, nach dem Umbringen. Was? Das ist ein kleiner Minikaktus. Der kommt erst, wenn du in der Nähe gehst. Ich kann immer noch zwei Pokémon einfangen. In der nächsten Folge von Pokémon. Ah, das ist schon wieder eins. Ich werde das einmal erst verletzen. Pokémon? Wo ist es dort? Okay, meine Waffe ist voll. Ich kann nichts mehr aufsammeln. Ich kann nur drei Relocated oder was auch immer das ist. Oh Gott, kann ich nur drei Sachen aufsammeln. Halt hier. Das ist auch ein Versteckter. Ja. Zwei sogar. Oh, noch mehr. So. Oh, cool. Ein Kühlschrank. Hey, cool. Der ist sogar da drin gewesen. Aber nichts zum Scannen, ne? Ne. Mist. Hier vielleicht. Ne. Ne. Aber... Nein. Nein. Nein, das geht nicht. Hier Kohle. Tritt noch tiefer. Und das ist nur ein. Okay. Ich komme wieder hoch. Hier ist die Kiste. Eine Heizbahn, 210 Pixel und eine neue Axt. Die wahrscheinlich nicht besser ist als die, die du früher hattest. Die hat 52 damage. Rate of Fire and Recommendation. 52? Oder? Ja. Das ist nice. Alter. Ich mache jetzt gerade die aggressive Weise. Schlau. Schlau. Wie kann man nur so schlau sein? Alles wieder runtergefallen. Ach, stimmt. Ähm... Marius, äh... Warten mal hier in der Nähe. Also, geh nicht so weit weg. Ich hab was vergessen. Ich hab ja jetzt das letzte, äh... Ich hab ja jetzt das allerletzte, ähm... EPP-Upgrade, ne? Ah! Fuck, ich bin tot! Und ich sag doch, warte doch noch! Ja, ich bin ja da geblieben! Ich hatte gerade im Inventar gesehen, Scheiße, ich muss mein Leben aufladen. Dann kam so ein Vogel angeflogen. Mist. Ich weiß mal noch. Äh... Ich hab ja jetzt das letzte EPP-Upgrade. Ich komm nicht weit ohne dein Schiff. Das bedeutet ja... Hier ist meinst du kommst nicht weit ohne mein Schiff. Ich hab ja jetzt ein Schiff fallen. Hä? Du hast ja dein Schiff da auch. Dein... Ach so, das meinst du mein Boot. Ja. Ich hab ja das letzte EPP-Upgrade. Das heißt, wir können ja jetzt... Ähm... Diese Augments, diese Verbesserungen auf unser EPP-Ding draufladen. Jetzt nehm ich einfach ein... Äh... Health 3... Äh... Augment. Das ist eine Verbesserung für mein EPP-Modul. Das halt mir meine... Gesundheit ständig verbessert. Das heißt, das Health 3. Ich verbessere meine Gesundheit immer so... Wie viel auch immer. Es gibt verschiedene Sachen. So... Electric Resistance. Mehr Damage. Licht. Ist auch nicht schlecht, aber... Ich bleib erstmal bei Health 3. Und ich komm jetzt auch mal zu dir. Ach du bist einfach... Vorsicht. Ich muss hier irgendwie weitermachen. Du hättest ja auch bis auf mein Schiff warten können, aber... Nein. Nein. Geht nicht. Ich sehe gerade, und das ist noch eine unterirdische Höhle, was man hätte füllen können. Ähm... Das ist echt geil. Das ist ein Qualitätswerk. Weißt du... Viele von diesen Billig-Projekten... Die können nicht in Lava schwimmen. Aber... Nur die... Nur die... Richtig teuren Produkte. Bei denen geht das. Was gibt's für Boot- und Boot-Marken? Ich kenne keine berühmten... Keine Ahnung. Das könnte man hier so ein Product-Facial machen. Nur die Boote von... Die eben die Firma einfügen. Ähm... Sind gut genug, um in Lava zu schwimmen. Ich muss bis dahinten überleben, weil ich keine Ahs-Elven-Dinger. Wir haben ja gerade am Start. Ah... Drei zurück könnte ich dir auch welche geben, aber... Nein. Erst wird's auch nicht. Hast du gesehen? Mit einem Schuss. Boah, das ist er aufgesammelt. Statische Zelle. Geil. Ah. Und es hat eine Batterie. Das heißt, ich geb mir jetzt einfach die... Die Rüstung mit ner Energie. Jetzt hab ich die High-Energie-Rüstung. Das ist ein Sprint-Update. Ja... Das ist mega geil. Das ist mega geil. Wah ... Warte. Ich kann mich nicht aufstellen, aber warum... Könntest du den mal töten? Okay. Ah, ich hab dafür den Seiten. Yesh, oder wie auch immer das heißt. Ach, hier sind die Avians, unsere Freunde. Oh nein. Was denn? Und hol auf mein Leben. Ja, komm mal, du kannst hier durch. Ja, ich musste aber ein kleines Stück springen. Du bist so sicher, dass du nicht meine Heilung haben möchtest? Eins wäre doch gut. Aber nur ein. Ja. 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 Prozent konstant heilen sollte aber davon sehe ich jetzt gerade nicht wirklich was ist ja nicht okay das ist beschießt oder es dauert halt lange zum heilen aber ich habe angeblich jetzt glaube ich die beste Stufe, ich glaube Stufe 3 geht nicht besseres aber davon merke ich nicht wirklich viel ich bin jetzt hier gleich an der Todesstelle von mir hergekommen folgt das mal ein bisschen weiter aber wie sieht sie aus ich habe ein Ei Alter der hält mich doch viel besser glaube ich oder? so hier ist mein ganzer Kram ich habe jetzt, ich kaufe mir mal den Reef Hand weil er ist besser als den Händen den ich vorher hatte oder sieht lustig aus hast ich mir ja gar nicht geschlackt dass da ein anderer Helm ist achso? ne weil der Helm schlechter ist als den ich schon habe kann nicht sein warst du Reef Hand? warte was hat der an äh ne den Puddle Head hast du wahrscheinlich schon gesehen gab es aber einen besseren Head was hat der an Stärke? also 90% Schwert 90% Schwert 90% Schwert 20,5 Stilt 15 Energie 15 Herz bei wem? Helm ach warte das ist der erste Händler gewesen ne? nein der zweite Helm ja der hatte einen Helm der aber schlechter aber auch einen Helm der viel besser ist er hätte zwei Helm zu verkaufen scheiße ich habe nur einen gesehen warte das ist der Händler oh man oh man warte mal Kaktus kann man essen? Also hier gibts den Kaktus, man kann das Kaktusdinger an sich essen. Okay. So, wie magst du Kaktus? Nee. So, erstmal wieder hoch. Und dann kann die Super weitergehen. Okay, was ist das? Oh, was ist das für ne Katze? Oh oh. Ich glaub keine süße, süße Katze. Ich würd die fangen. Äh, den Tempel hättest du ja reingehen können, ne? Ja, kann man... Oh. Da siehst du den ganzen ganzen Sachen. Oh, ich würd nichts Ding haben. Was willst du denn haben? Diese Katze, ja. Ja, hab ich. Du bist ne Feuerkatze. Warum? Ich muss sie nur ein bisschen verletzen. Oh nein! Oh. Ich seh gerade. Wir haben, äh, neues Tor. Aber, ich seh gerade. Oh, ich bin diese Katze. Boom! Oh, sie ist tot. Ach du Scheiße. Du bist kein Tierfreude, aber... Okay. Ähm, ja. Oder geht das vielleicht schneller hiermit? Ich glaub ich weiß, dass du vorhast. Du willst den Vulkan leeren, oder? Ja. Ja, ich seh auch warum. Warum? Ist das ein... Ist das falsch? Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Ach... So, was hab ich jetzt bekommen? durch dass ich es schon bekommen ich habe einfach alles auf mich drauf doch wenn das das smoke machine habe ich bekommen eine Katze ich habe keine Katze Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020